Abstand halten du nicht! Na, wie geht es euch? Da draußen, na? Ich bin hier mit meinem Frogger in unserem Proberaum in Quarantäne und wir können es überhaupt nicht erwarten, endlich wieder auf die heimische Bühne zu kommen. Bis dahin, zieht euch einfach mein neues Musikvideo an J.D. Wolves, zum gleichnamigen Album natürlich rein. Ja! Und an dieser Stelle danke an ÖTicket, Erste Bank, Sparkasse. Österreich glaubt an dich, der Wolves glaubt an dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020